Für mich ist wichtig nach dem Fehler die Reaktion des Spielers. Die Reaktion war da und das ist klasse, weil wir nach dem 1-1 haben Schalke zwei riesige Chancen gehabt und Rafa hat uns schon richtig gerettet. Und nochmal, das ist natürlich ein bitterer Kader, ein bitterer Moment für ihn oder für uns damals auch. Aber wie gesagt, die Mannschaft steht vollkommen zu ihm und wir freuen uns auf ihn weiter. Wir haben überhaupt keine Diskussion, jetzt müssen wir welche da Bedarf machen. Also er bleibt die Nummer eins im Tor? Er bleibt Nummer eins im Tor, jetzt sage ich schon, er wird dabei sein gegen Wolfsburg.